Hallo Leute, Roffel hier und herzlich willkommen zurück zu Alarmfugabe auf das Syndikat hier in Köln. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge durch die Chefin ein aktives Syndikatsmitglied wieder freilassen müssen. Oder ein verhaftetes, so ja. War ja nicht mehr aktiv, war ja schon verhaftet. Aber die Olle hat den schon wieder freigelassen, deswegen müssen wir den jetzt schnell wieder einfangen. Nehmen auch einen schnellen Dienstwagen S-Klasse und starten sofort auf dem Szenario Autobahn. Denn wir haben ja noch eine Menge Kameras und Standorte aufzudecken, deswegen fahren wir auch sofort los. Oh, oben links wird uns die Dienstwaffe angezeigt, sehe ich gerade. Das heißt, wir können jetzt auch schießen. Geil, okay, sehr geil. Ja, dann wollen wir das gleich mal probieren bei einem Gegner. Ich darf es mal hier nochmal ein paar Kameras machen. Also diese Kameras werden echt immer kleiner und besser. Damit bleiben uns die langen Nächte im Auto erspart. Klasse. So, was haben wir hier? Null Mitgliedern U-Haft, okay. Meisterschaft haben wir aber. Meint ihr, wir können mit der S-Klasse mitfahren? Äh, wir probieren das einfach mal. Eieiei, das was wird. Oh, mit schönen Mods wieder. Ohne Nitro. Boah, da ziehen sie uns doch schon weg, oder? Obwohl. Ne. Wir dürfen uns natürlich nicht einschüchtern lassen von den Leuten. Wir spielen natürlich aber wieder auf schwer. Wie man sieht. Boah, nee, ne? Nee. Haben die jetzt nicht gemacht. Okay. Haben die uns das Heck weggedreht? Zwei Runden haben wir Zeit, die wieder aufzuholen. Wobei, ich meine, dass wir das doch schon mal gespielt haben, oder? Naja, vielleicht müssen wir das nochmal fahren. Wer weiß. Auf jeden Fall holen wir die Easy wieder ein. Gar kein Problem. Ah, komm schon. Wir haben noch einen V12 unter der Haube. Der dürfte doch ziehen. Also 260 fahren wir schon mal, ne? Und da sind auch schon die anderen wieder. Also alles easy. Da haben wir eine C-Klasse Brabus. Oh, schöne Kfz fahren wir mit, ehrlich. Mercedes, drei Stück. Ein Porsche und ein Alpha. Was auch immer der Alpha hier zu tun hat. Aber Alpha ist ja geil. Aber wir müssen die denn jetzt hier mal abziehen. Kann doch nicht wahr sein. Haben wir den Porsche auch. Kann nichts. Über 550 PS, glaube ich, oder? Bin mir grad nicht sicher bei der alten S-Klasse. Aber ich schätze mal schon. Deswegen ziehen wir den jetzt auch noch ab. Wir wollen die Jungs ja auch abziehen, die immer sagen. Ob ihr keinen Bock habt auf Rennen hier. Oder wollt ihr nicht mal ein Rennen gegen uns antreten tun. Ja. Wir wollen ja auch nicht Zweiter werden. Sondern das muss ja vonstatten gehen. Vernünftig. Ich glaube, wenn wir auch auf Leicht spielen würden, dann würden wir die Gegner auch schon fast schon überrunden. Aber wir haben auch hier wieder das Fahrverhalten von... Bin mir gerade gar nicht sicher. Wie schnell fährt der denn Top Speed? Ich glaube, von Semi-Sport. Oder Bench-Sport. Bench-Sport meine ich. Das heißt, die Karre fährt so 300. Also es ist wieder alles... Perfekt gemoddet. Haben wir ein Cockpit? Ja. Haben wir eigentlich, aber... Äh... Habe ich jetzt gerade beim Laden wohl vergessen. Weil ich bin ja nochmal rausgegangen, damit das nicht so lange lädt. Und da kam auch gerade diese Meldung mit der Pistole, dass wir jetzt eine Waffe nehmen können. Aber diese Waffe... Wird uns nicht immer was nützen, sondern manchmal müssen wir die Leute auch kaputt rammen. Das stand da auf jeden Fall. So weit bin ich. Und die Gegner, die kommen da hinten erst. Wir machen noch einen schönen Drift. Zack. Und... Oh, Unfall. Hört uns die C-Klasse rein. Stellen wir an der Wand. Naja, egal. Haben gewonnen. Alles easy. Äh... Ja, wir können jetzt noch weitermachen. Eins geht noch, ne? Komm, eins machen wir noch. Mit dem... Auto hier, was wir haben. Jaja. Nochmal hier in den Tuck reinbeißen. Ja, wohin geht? Aha. Jetzt fahren wir die kürzere Strecke. Und wir haben andere Gegner. Wunderbar. Komplett andere Gegner. Das ist ja geil. Alles neu gemischt. Ja. Dann wollen wir mal. Oh. War die falsche Taste. Wieder zwei Runden. Okay. Können wir die eigentlich wegdrehen? Nee, aber die können uns wegdrehen. Okay. Müssen natürlich wieder Warmlinker anmachen, wie immer. Schöne Autos wieder dabei. Mustang, Sechser. Driften wollte ich eigentlich nicht. Und abziehen lassen wollte ich mich auch nicht von den Leuten. Oh, haben wir da Chilt mitgenommen? Drift! Komm, wir driften nochmal ein bisschen. Ist ja langweilig sonst, ne? Hier, guck mal, hier. Wuuu. Ja, okay. Das geht besser. Oh, da hat er ihn fast gegen die Wand gedrängt. Okay. Hupen haben wir leider nicht. Aber hier rumzirkeln. Und hier rumzirkeln. Kennen die Strecke ja. Wir haben damals mal ein Rennen gemacht. Diesen Streckenabschnitt. Eine halbe Stunde lang, glaube ich. War schon ziemlich geil. Haben wir auch noch ein Video von? Also wer das Video sehen möchte, fragt einfach mal nach. Ihr könnt das dann mal gerne online stellen. Und, ja. Oder verlinken. Verlinken, genau. Fahren wir nochmal hier rum. Ah, zack, zack. Kommt das Heck. Wo sind die Gegner? Wieder weiter weg. Nicht gut. Ganz schön schwach, die Leute. Ich meine, wir fahren ja jetzt auch nicht Weltklasse. Und die Kurve kratzern hier. Ah, wieder kein guter Drift. Aber wir machen natürlich wieder ein Enddrift. Diesmal ist die Ziellinie ein bisschen weiter hinten. Rückwärts rein. Yeah. Ha, 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 ha. Sehr geil. So. Das war's. Ähm. Wir gehen jetzt auf die Karriere. Wir sind kein Prozent weiter gekommen. Starten wir da auf der Autobahn. Und nehmen nochmal was anderes. Was haben wir noch? Volvo 850R. In rot. Ja. Einer meiner Lieblingsfahrzeuge im Spiel. Habe ich natürlich die Lichter für gemacht. So. Kameras, genau. Scheiße müssen wir nämlich auch da mal fertig bekommen. Das ist jetzt auch mal ein bisschen lästig. Aber. So. Dann sieht jetzt die Kamera mal alles Wichtige auf. Da hinten haben wir aber noch einen Informanten. Da können wir auch nochmal hin. Ist der auf der Autobahnraststätte ja. Dann passt das ja wunderbar. Dann fahren wir da natürlich hin. Fahren wir rechts. Und stoppen hier natürlich. Haben wir hier noch Standorte? Vielleicht sogar. In irgendwelchen Garagen. Hier sind immer Garagen. Geht die auf? Ah, okay. Diesmal nichts drin. Haben wir hier was? Bitte dem Wagen vor Ihnen folgen. Bitte mit Sicherheitsabstand folgen. Ne, wir wollen jetzt hier den Informanten erstmal haben. Dann können wir dem auch folgen. So, wir fahren erstmal hier rein. Morgen Prinz Diesel. Autobahnpolizei. Ihr guter Geist in allen Lagen. Ach, sieh an. Die Streckenposten der A4. Würden Sie einen Blick auf die Fotos werfen und uns sagen, ob Sie diese Männer schon mal gesehen haben? Denken Sie wirklich, dass ich mir hier alle Leute merke, für den Fall, dass Sie vorbeikommen und fragen? Vielleicht haben Sie Kameraaufzeichnungen, die wir uns ansehen könnten? Aufzeichnungen ja. Ansehen nein. Ah, sehr kooperativ. Das heißt also, wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl? Das oder Sie finden den Tanklaster, auf den ich schon seit Stunden warte. Irgendwie ist er verschollen. Sie wissen schon, dass wir Cobra 11 sind und nicht so eine Vermissten-Serie vom Fernsehen, oder? Ach. Ja, dann finden wir den scheiß Tanklaster. Okay, den Tanklaster haben wir vermutlich schneller gefunden, als wenn wir den Durchsuchungsbefehl bekommen. Richtig. Also schauen wir mal, ob wir den Spritriesen finden. Wenn ich wieder Benzin in den Zapfsäulen habe, dann läuft das Geschäft wieder. Ich melde mich dann, wenn ich einen dieser Männer auf den Fotos sehe. Den Durchsuchungsbefehl könnt ihr euch dann schenken. Okay, aber erst einmal hier Arbeiter errichten lassen. Du bist auch ein Pannkopf, ey. Jetzt müssen Sie die Scheiße da auch noch fangen. Oder suchen. Ja, scheiße. Jetzt haben wir auch noch ein Zeitlimit. Blaulicht haben wir. Vorne Nebelscheinwerfer. Aber wir haben mal eine Sirene. Machen wir mal an. Kein Nitrum. Ja, so schnell geht das. Wir müssen links rüber. Okay, dann kürzen wir nochmal ab. Können wir nochmal abkürzen? Nein, können wir nicht. Okay, dann müssen wir hier raus. Weil manchmal gibt es ja... Oh. Wir dürfen nur 5% haben. Scheiße. Äh, nochmal. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Cheats zu benutzen. Dass wir unendlich Nitro-Raben haben, aber das wollen wir ja nicht. Das ist ja langweilig. Wir wollen ja hier vernünftig fahren. Wir schaffen das auch so. Nein. Nein. Ich wollte gerade hier links rein. Dann hätten wir uns ein bisschen was gespart. Aber... Gar kein Problem. Wir schaffen das auch so. Wir dürfen nur keinen Unfall mehr bauen. Aber die fahren ja zur Seite. Hören uns ja. Ja. Dann darf ja nichts passieren. Einmal hier links. Da fliegt wieder ein Piratenschiff. Können wir hier springen, ohne dass wir einen Unfall bauen? Ja. Oi. Das war knapp. Oh. Hohoho. Wir haben ja noch massig Zeit. Meine Güte. Und der ist hier stecken geblieben, oder was? Ah. Scheiße. Los, schnell. So. Position halten. Sieh an. Der vermisste Tanklaster. Yeah. Und kein Fahrer weit und breit. Wie kein Fahrer. Fahren wir den Bomber zur Tankstelle. Ja. Nehmen wir den noch. Komm, wir klauen ihn jetzt kurz. Zack. Einfach mal klauen die Scheiße, ne? Perfekt. Oh. Nehmen wir im Inraum. Sieht aus wie in der E-Klatze von 2007. Naja. Wo müssen wir hin? Zu der Tankstelle. Ja. Und warum nehmen wir nicht den Weg, den wir gerade genommen haben? Ist doch viel schlauer, oder nicht? Wir brauchen keinen Wegpunkt. Wir haben ja nur einen Wegpunkt, sehe ich gerade auf der Karte. Deshalb nehmen wir einfach den Weg, wo wir hergekommen sind. Weil wir clever sind. Ein bisschen Nitro haben wir noch. Um das zu verbraten, zum Beschleunigen. Und drei Prozent dürfen wir nur haben. Yes is, Gott, Maria. Ja gut, dann, äh. Na, da müssen wir uns sputen, wa? Und dürfen auch keinen Unfall bauen. Aber wir können ja gleich schon mal die Straßenseite wechseln. Vor dem Verkehr, der da kommt. Oh, zwei Prozent haben wir schon. Ach, du Heilige. Ah, komm, ein bisschen Nitro haben wir noch. Wir brauchen ja jetzt auch keinen Unfall mehr. Hör mal, du. Da haben wir jetzt aber die, 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 die Navigationshilfe ganz schön ausgenutzt, ne? Oder verarscht, würde ich sagen. Oi, 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 oi. Na, umfliegen Minilader. So, hier rein. In den Bums. Den Dreier da nicht noch mitnehmen. Zack, stopp. Stopp. Zack. Und haben noch massig Zeit. Sehr geil. Und wir hatten sogar eine Hupe. Ganz vergessen. So, Tanklaster, Bierlaster. Geil, haben wir freigespielt. Haben jetzt einen Informanten bekommen. Drei von sechs in Stadt, drei von sechs in Autobahn, Kameras, Standorte. Einfach wieder Streife fahren. Machen wir das doch.